Du kannst damit 100.000 V-Bucks kaufen. Ne, auch mehr, ne? Viel mehr, eine Million V-Bucks. Wenn die Tür einmal aufgemacht wird, hast du verloren. Ja, ich muss so dringend. Geh der Felix, geh der Felix, geh da raus. Langsam werde ich auch ein bisschen müde, Leute. Entschuldigt meine Fresse gerade. Mann, was ist, Nora? Mann, mir ist so kalt. Ja, dann hast du nur zwei Optionen. Wenn du ziehst durch oder du gehst raus, entscheide ich. Aber dann kriegst du keine 10.000 Euro. Casanova, Casanova, uhu, sie weiß, sie hat was Besseres als mich, Walid. Auf Kokain und Jacky Cola, ah, sie ballert eine Line und sie ist frisch, Walid. Sie tanzt im Schnee und ihr Herz bricht an, wenn ich geh, uhu, und ich weiß, und ich weiß, es tut weh. Es tut weh, heute hier im Ungar und in jeder Stadt wartet ein Mädchen, Walid. Jetzt ist wieder back at it again mit einem neuen Video auf dem Kanal, Freunde. Was geht ab, Leute? Heute wieder mit Niklas. Was geht ab? Jo, Rupen mit Nora heute wieder. Na, auf jeden Fall wieder mit meinen Geschwistern. Sie sind jetzt schon da. Heute geht es eine neue Wer zuletzt, nämlich die Wer zuletzt das Auto verlässt, bekommt. 10.000 Euro. Was? Was? 10.000 Euro, die habe ich gerade von der Bank abgehoben, beziehungsweise vor ein, zwei Stunden eigentlich. Wir haben es in so einem Umschlag bekommen, damit es auch nicht gestohlen wird. Dann haben wir auch noch mal verklebt hier. Hier sind 10.000 Euro drin. Und der Gewinner wird diese bekommen. Das heißt, Leute, wer schafft länger am Autosriben, bekommt die. Aber bevor das eine kranke Video beginnen wird, es wird eine kranke Challenge. Bevor diese Challenge beginnen wird, Freunde, welchen Code müsst ihr im Itemshop eingeben? Warte mal, da hieß doch so einer irgendwie Sin, wie hieß der nochmal? Sin and low bro, 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 Sin and low bro. Leute, gebt den Creator-Code Sin and low Ryan und euer Leben ist um tausende, tausende Male besser, Freunde. Und Leute, es kommt natürlich auch ein großes auf euch zu. Halt den Kanal mit einräumen, Freunden, Instagram, Snapchat und Whatsapp. Genauso, genauso, Freunde, folgt mir auf Instagram, mach da die 10k voll. Nora heißt auf Instagram, NoraStacy1. Und abonniert Felix und auf YouTube, Shirix1. Und die 100k voll, Freunde. Shirix nur auf YouTube. 45k ungefähr. Ja, wir sind im Road to 200k, es kommt großartig zu, wie schon gesagt. Wir verlosen 100 Euro PSN. Um die zu gewinnen, müsst ihr den Kanal abonnieren. Den Kanal mit einem euren Freunden teilen. Girl-Kanal wie Mustafa, wie Yusuf, wie ihr wisst es, Freunde. Und mir auf Instagram folgen, dann heiße ich Sadiprot. Und was noch am allerwichtigsten ist, gibt im Creator-Shop, im Item-Shop, CineLoBro ein. Und ihr habt die Chance auf 100 Euro PSN, auf Instagram wird's aufgelöst. Das war's dann mit dem Intro. Und Leute, jetzt heißt es dann einfach wirklich, wer zuerst das Auto verlässt, bekommt fucking 10.000 Euro. Leute, das wird krank. So, Freunde, hier ist auch Niki mit den 10 Kabel, die gehören dir noch nicht, er muss sie gerade nur tragen. Glaubst du, du kannst hier gewinnen? Junge, nur mal. Ich gewinn die so oder so, ich bin King. Ja, die ist süß. Jo, Leute. Gute Fresse, Alter. Jo, Felix, danke, dass ihr... Jo, Leute, ist der Butler von uns. Oh, Mann. Junge, ist vollkommen los. Oh, Mann, Junge. Murrk. Ja, rein da. Geh weg, 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 schließen. Perfekt, los geht's. Ja, aber Niki, Alter, du willst hier im Kofferraum chillen, oder was? Ja, Junge, ich würde mir jetzt gönnen. Was willst du dir denn gönnen? Ich gönne mir richtig geile Schildtränke. Ich gönne mir Fett und keiner darf hier rein, ist mein Revier. Ja, sehen wir. So, hier sind die 10 Mille. Warte, wo kann ich die hinpacken am besten? Am besten mal hier meine Hosentasche, das ist gut verstaut. Und da ist Felix, der alles vorbereiten muss, obwohl er gerade auf die Fresse geflogen ist. Ja. Ja, was höre ich da? Machst du da, Junge? Ich gönne mir. Da gönnt sie schon richtig hier. So, Leute, das sind schon ein paar Dinge. Wir haben ja für 300 Euro eingekauft, das ist nur ein Teil davon in dem ganzen Ding hier. Plus hier seht ihr noch Coca-Cola und Sixpack und Fanta Pink Grapefruit. Also trinken haben wir auch genug. Essen haben wir hier wirklich genug, Bruder. Außerdem haben wir auch einfach Kuchen gekauft, Junge. Kuchen, beziehungsweise sogar Torte von Konditorei, Koppenrad und Schnauze. Yo, Leute, macht alles hier. Guck mal, jetzt auch mein dickes Knie, der Arme. Er ist gerade hingefallen. Du bist immer dick in meinen Videos. Entweder dicke Backen, dickes Knie, Alter. Deiner Asch. Niki, was machst du da? Ich stecke noch. Niki bekommt hier, ihr seht, Freunde, er kriegt zwei Fanta, zwei Cola. Sollte reichen, oder? Ja. Wer bekommt die nächste Ladung Getränke? Ich. Ich werde hier chillen, Freunde. Nora wird hier chillen. Da ist Nora. Und Nora bekommt auch noch mal zwei Cola. Yo, Leute. Hier ihre Kuchenlieferung. Danke, alle. So, Leute, wir haben hier so fertig, dass so deutsches Essen ist. Kannst du mal deinen Maul im Hintergrund halten? Digga, der geht die ganze Zeit ab, Junge. Geh in dein Auto rein. Vielleicht kannst du nicht mehr rausgehen. Tog dich jetzt lieber aus. Gönn dir. Was ist Mehmet? Was sagst du die ganze Zeit? Was macht er da die ganze Zeit im Hintergrund, Alter? Geh ins Auto, Kleiner, Mann. Das sind auch Noras. Das sind auch Noras. Die sind auch heftig, ne, Nora? Oh, yeah. Aber es tanzen hier alle. So, was haben wir noch? Yo, Leute. Cine, Low, Bro. Genauso, Leute. Cine, Low, Bro. Wo ist denn den Shop? Das sind deine. Hetzsack. Alle, danke. Geil. Papa, Papa, Papa. Jetzt gleich, Junge. Ich werde die 10.000 Euro gewinnen. Nee, nee. Und du wirst verlieren. So, Nicky. Hier sind jetzt seine Sachen. Sein Revier ist jetzt hier hinten. Hier haben wir seine ganzen Fanta, seine ganze Süßigkeiten, sein Essen. Damit kommst du aus? Ja. Warst du aufs Toilette? Nein. Oh, das kann jetzt zum Verhängnis werden. Er hat sein iPad, äh, iPad, Bruder. Scheiß Samsung-Ding. Dabei irgendwann kann er Musik hören und die ganze Zeit zu Ferro und Mero singen. Und ja, Nicky, du darfst nicht mehr raus. Ab jetzt. So, Leute, die Luke schließt sich jetzt für Nicky. So, Norasen, zwei Handys am Start. Eins hat sie. Telefon, Telefon. Geben Ficks an Indi. Und du wirst hier chillen, in der Mitte. Hier ist die Decke. Da hast du es gestern. Und Nora, was willst du sagen? Wirst du gewinnen? Ich werde gewinnen, weil ich bin fett und ich bin krass. Und zuletzt zu dir. Hier sind die zehn Batzen. Die hab ich jetzt mit Felix. Die zehn Mille. Eins. Ganz schnell. Also, ich werd's aber gewinnen heute. Ich hab hier wirklich gut Fertigdinger. Wie willst du, ich kenn dieses deutsche Mittagessen. Nein, aber so ne Kacke echt eigentlich nie. Aber heute dachte ich, passt das einfach, weil ich im Auto bin. Ich habe zwei Fanta. Ich habe ganz viel Zeugs. Ich hab mein Handy. Ich hab jetzt leider keine Kopfhörer dabei. Ist aber nicht schlimm, ich hab den Autoschlüssel. Deswegen, Freunde, ich werd das gewinnen. Easy. Meine Brille ist am Start, Freunde. Das wird mein Win. Ich schließe jetzt die Türen und dann dürft ihr nicht mehr aus diesem Auto raus. Die Tür werden jetzt geschlossen. Niki, die Tür werden jetzt geschlossen. Und der Letzte, der hier drin bleibt, hier 10.000 Euro gewinnt. Sinelow, Bro. Sinelow, Bro. Sinelow, Bro. Darum das Niki. Irgendwo ist Niklas. Also, Freunde. Ich würde sagen, letzte Challenge beginnt. Felix schließt die Tür. In drei. Zwei. Frische Luft. Du hast mein Handy. Frische Luft. Eins. No way. Wir sind über dem ersten hier. Die Tür ist zu, die hinter der Tür. Und Niki, wie geht's dir bis jetzt? Und Niki, fängt schon an zu essen. Ist das nicht eigentlich dumm? Du musst doch aufs Klo gehen, Mann. Und gucken, ob du dann hier aufs Klo gehen. Schloss, die zu Zertrick rüber. Zu Zertrick. Bah. Sag ruhig, der soll das nicht hören. Ja, okay, Niki. Und du denkst, du wirst gewinnen? Du bist kommen, du hast den größten Raum hier im Auto. Und die sitzt auf so drei Stühlen gefühlt. Junge, ich werd gewinnen. Okay, er ist er. Okay, er denkt, er wird gewinnen. Ich glaube auch, Niki wird ihm mal er heftig viel Platz. Guck mal, ich passe dir so was schon rein. Warum? Weil ich meine Taktik-Karte. Und ich schummle. Er schummelt. Er schummelt immer. Niki ist ein kleiner Dreckiger. Aber egal, gehen wir zu den anderen. Und dann werde ich mal gucken, wie die so hier drin leben. Und bis gleich. So, Nora. Und wie läuft's? Ich bin so voll bequem hier. Ich könnte sogar schlafen. Es ist echt bequem. Es ist gar nicht so schlimm hier, wenn ich ehrlich bin. Und was sind deine Taktiken, um jetzt noch wach zu bleiben? Immer essen. Essen ist immer gut. Ja, das sieht man dir auch nimmer. Okay, du hast schon was gegessen. Was hast du schon so gegessen bis jetzt? Wie hier. Alter, du gönnst dir ja MÜGEN! Aber kannst du ruhig weitergönnen, Leute. Ich hab schon ein bisschen was getrunken, aber ich hab gar nicht so Hunger. Ich find's hier grad echt übelchillig drin. Und ich glaub, ich kann das wirklich gewinnen. Ich könnte echt pennen. Ich hab' ne super bequeme Unterlage. Ein geiles Kiss. Niki, den hör' ich ganz kurz unter mir. Aber er lacht auch schon wieder. Aber Freunde, es ist wirklich eine richtig angenehme Challenge zum ersten Mal. Nur das Toilette gehen. Ist immer mein größter Feinbruder. Wenn ich auf Toilette muss, verkack' ich ne Challenge. Aber jetzt. Wort, hört' nicht. Oh, super witzgerissen. Yo, Leute. Aber Leute, dann verkack' ich meistens. Aber diesmal werde ich gewinnen, Bro. Boah, was stinkt dir so im Auto. Schradiger. Ja, der hat gefurzt, Mann. Warum muss ich bei ihm liegen, Mann? Was soll ich hier denn aufmachen? Hier ist der fucking Wahnsinnig. Oh, das kommt doch mal hoch zu mir. Nein, nein, Cedric. Wir nennen, die ist ein Joghurt gefallen. Nein, guckt's euch an. Ja, ey, mach's hier sauber. Ey, der macht falsch, falsch, falsch. Früßan ist ein Joghurt, in diesen Joghurt, hier gefallen. Alle, ob sie wollen, ob sie wollen oder nicht, Baby. Ich komme, Mercedes, Mercedes. Leute, Alter, die hören die ganze Zeit Capital Bra. Was hört ihr die ganze Zeit Capital Bra, Alter? Pfeffer, Leute, hier ist übel bequem. Ich bin die ganze Zeit am Schlafen. Draußen wird es schon dunkel langsam. Norino, was machst du die ganze Zeit hier? Deine Beine schlafen ein. Mein Jarak schläft ein. Was machst du die ganze Zeit? Du hast auch keine Freunde. Glück uns doch nicht an, ja. Doch, essen. Junge, es ist voll dunkel hier. Leute, ihr seht schon, wir sind jetzt schon safe, seit 2, 3 Stunden drin. Aber wir ziehen durch. Ich, Alter, ich chill die ganze Zeit, guck die ganze Zeit Videos. Also mir geht's gut. Dir so? Mir geht's auch. Das freut mich nicht. Ja, auf jeden Fall. Meine 10K. Vielleicht hast du die 10K eigentlich bei dir? In seiner Hosentasche, neben seinem kleinen. Ja, da... Alter, Leute, hier ist das ganze Essen von Nora. Aber ich hab null Hunger. Wir essen die ganze Zeit und hören die ganze Zeit Capital Bra. Ja, Kuchen. Du brauchst mal eine Diät. Aber Leute, jetzt mal Real Talk. Ich hab null Hunger. Das Einzige, was ich habe, ist halt wirklich Style und das Geld. Alles, was den Bitches so gefällt. Ich war schon immer gut dem Lügen. Mein Freund, aber jetzt Real Talk. Ich hab null Hunger. Ich hab ein bisschen Durst, aber ich chill die ganze Zeit, guck die ganze Zeit Videos. Natürlich meine eigenen. Nein, aber ich chill die ganze Zeit hier und es ist super entspannt, muss ich sagen. Ist bequem. Maschallah. Maschallah. Also wieder, wenn sie ruft, deine Liebe ist nicht echt, aber dafür ist sie gut. Pack den Benz vor der Tür, pack dein Herz in meinem Bett. Machst du weiter und ich geh hier nicht mehr weg. Oh Baby, gib mir mehr von dem, was du Centric nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Helf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Heute Nacht, Baby. Ich roll ein Gym. Roll ein Gym. Wir werden high, ja, ja. Mix Tonic mit Gin mal zwei, Baby. Deine Liebe ist viel zu... Heute Nacht, Baby. Baby, wie lang bleibst du mit mir wach? Ich pack mein Herz bei dir. Heute Nacht, ja, ja, ja. Ella, Ella, Ella. Wie lang bleibst du mit mir wach? Na ja, Freunde, seht schon, wir gehen hier ab, wir sind alle gut gelaunt. Nur die Kälte und halt der Fakt, dass man auf die Toilette muss, der könnte ein Grund sein, warum man verliert, aber sonst wird das mein Sieg. Du weißt, dass du dann verlierst, Nicky, ne? Na, was juckt mich das? Du willst keine 10.000 Euro? Na, du schon, aber Junge, ich muss so dringend, ich kann nicht mehr aushalten. Nicky, wenn du das jetzt wirklich durchziehst... Nicky, du kannst dir da mit 100.000 Vivax kaufen. Ne, noch mehr, ne? Viel mehr, eine Million Vivax. Wie geht dann die Tür auf, wenn die Tür einmal aufgemacht wird, hast du verloren. Ne, ich muss so dringend. Wißt du, das geht der Felix, geht der Felix, geht der Felix, geht der Felix, geht da raus. Das war schön mit dir hinten, nein, war es überhaupt nicht, was du hast gefordert. Guck mal, wie es draußen schon aussieht. Boah, wir sind hier die ganze Zeit so dunkel ist es hier. Ja, mach schnell auf. Oh mein Gott, Nicky hat einfach verloren. Glück, man, der hat zu oft gefurzt, der ist die nahe Zeit. Felix ist jetzt vorne. Felix darf ja aus dem Auto gehen, nur wir nicht. Aber Nicky hat officially verloren. Es wird schon langsam übel spät, der sehe ich ja draußen. Es ist komplett dunkel. Mein Arsch tut mir um mein Bein, tut mir jetzt angesprochen. Ey, guck mal, die ist jetzt hier aus so einer... Da hinten ist alles weggefasst. Die haben die ganze Zeit gefressen, ne? Die ganze Zeit nur gegessen, Alter. Oh, Schmerzen, man, diese schicken Nacken waren so eklig. Man sieht richtig, dass du müde bist, aber ich kann durchhalten. Und Nora, was sagst du? Aber im Ehrlichsten sind es schon verteilt. Ja, im T-Shirt, man, mir ist übel kalt. Ja. Aber richtig kalt schon. Oh, yeah, also mir geht es übel safe da hinten. Egal, schlaft du erst mal und Felix. Der Typ ist so lost, Alter, es ist übel spät schon. Gönnt euch draußen. Yo, Leute. Langsam werde ich auch ein bisschen müde, Leute. Entschuldigt meine Fresse gerade. So, draußen, selbst wenn ich leuchte, ist komplett dunkel gerade. Ich kann auch nicht mehr, Alter. Es ist schon absolut krank spät. Vor allem ist es so ruhig auch in der Gegend. Wer schreibt denn jetzt? Die sind der heftigste Motherfucker, den es gibt. Ja, man, ey. Immer wieder Merkel geschrieben. Aber Leute, wir singen die ganze Zeit hier irgendwelche Meadows-Songs. Oder generell irgendwelche Songs und chillen so ein bisschen. Aber ich werde persönlich auch übermüder. Und 10.000 Euro, ich meine, die will ich jetzt echt nicht. Bruder. Ich habe auch ein bisschen Schlafmangel. Morgen muss ich wieder früh raus. Und Felix, wie läuft es da hinten? Gut. Wie läuft es bei dir noch? Es war kalt. Die ganze Zeit schon. Also Leute, Hunger habe ich auch überhaupt nicht. Wir haben zwar so teuer eingekauft, aber ich habe echt nicht wirklich Hunger, ey. Trotzdem, das wird mein Sieg, Freunde. Mann, was ist, Nora? Man, mir ist so kalt. Ja, dann hast du nur zwei Optionen. Wenn du ziehst durch oder du gehst raus, entscheide ich. Aber dann kriegst du keine 10.000 Euro. Was sagst du, Felix? Was würdest du machen? Ich werde rausgehen, manche bin so müde. Nora, was willst du machen? Wir sind mitten in der Nacht. Wie viel haben wir? 2, 3 Uhr? So, willst du raus oder nicht? Ja. Oh, jetzt gehen wir raus. Oh, da wird sie raus. Ich habe Bock mehr. Jungs, ihr wisst schon, was das heißt, oder? Sie hat verloren jetzt, oder? Ich habe 10.000. Aber ich kriege die jetzt wirklich, oder? Du behältst uns nur deine 10.000. Oh, das stimmt. Ja, trotzdem, ich habe keine 10.000 Euro verloren. Ja, das ist doch dein Problem. Freut mich trotzdem, der Prank. Alle 20.000 Likes auf das andere Video, dann werde ich zertritt zurückpranken, aber richtig hart. Wie viele Likes auf dieses Video, Alter? Auf dieses Video müsst ihr mal ganz easy, die 15.000. Ja, Jungs. 15.000 Likes auf dieses Video für das krasse Video. Nora, du kannst jetzt rausgehen. Ey, wir haben noch was für Nora. Wir haben noch was für sie, auch wenn sie nicht gewonnen hat. Wir haben hier Rosen besorgt. Wir haben hier einfach Rosen besorgt. Hier, Freunde, da. Schöne, schöne Rosen. Wie süß ist es mit mir da? Also, Nora, auch wenn du verloren hast, mach ihr die Tür auf. Mach ihr die Tür auf. Oh, danke. Und ich hab gewonnen, Freunde. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Sine. No. Bro. Name ist Sine. No, bro. No. Sine. So, Nora. Nein, 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 nein. Boah, jetzt krieg ich dann so Pennen, dicker. Ich habe gewonnen, Freunde. Du hast ja keinen Sinn gebracht, dass du dein eigenes Geld behalten hast. Ja, aber er hat's wenigstens verloren. Und er kassiert noch Geld in diesem Video. Also, er hat einen Promit gemacht. Leute, ich habe jetzt auch mal eine Schildsch geworden. Ey, das ist aber fair, oder? Wir sehen uns gleich drin, Freunde. Ich bin auch übel müde. Das ist echt wirklich arschgeil. Wir gehen jetzt erst mal rein. Brr. Also, Nora, wie viele Likes auf dieses Video? 15.000 Likes auf dieses Video. Und wie gesagt, auf den anderen Video, wo ich geprankt worden wurde, 20.000 Likes. Also, Freunde, macht das auf jeden Fall. 15.000 müssen die heftigsten Sine Low Bro in den Item Shop eingeben. Fangen wir auf Instagram, KesslerZDPod. Abonnenten im Kanal. Und wir sehen uns am nächsten Video, Freunde. Stay fresh, yo! Bis zum nächsten Mal.